In dieser Ausgabe der Ratssitzung reden wir über Star Wars Fanfilme. Das ist für den Großteil der Beteiligten ein relativ unbeschriebenes Blatt. Natürlich haben wir mal hier und da welche gesehen, aber für diese Folge haben wir uns mal systematisch durch 10 durchgeschaut und tatsächlich, überraschend, sehr viele positive Seiten als auch ein paar Kritikpunkte gefunden, die wir vorher schon hatten, aber sich jetzt vielleicht ein bisschen relativiert haben. All das in dieser etwas anderen Auf-Ausgabe des Jedi-Cast. Viel Spaß! Na 2, wir empfangen eine Übertragung. Eine neue Ausgabe des Jedi-Cast? Leite Sie sofort über alle Kanäle an die Rebellenflotte weiter. Hallo und willkommen zu einer Ausgabe des Jedi-Cast. Heute mit Matthias. Hallo. Und Lukas. Hi. Ja, und wir haben heute was Experimentelles vor. Wir wollen heute über Star Wars Fanfilme reden. Also heute mal wieder eine Ratssitzung. Wir haben ja sehr viel Literatur besprochen. Gut, wir hatten den Jahresrückblick erst vor kurzem als Ratssitzung. Aber wir haben in letzter Zeit und werden in Zukunft sehr viel wieder über Bücher und Comics sprechen. Und wir wollten mal wieder eine Ratssitzung machen. Und dann haben wir gedacht, über was haben wir eigentlich noch nie gesprochen? Und von was haben wir eigentlich auch relativ wenig Ahnung? Zumindest ich für meinen Teil. Und das sind Star Wars Fanfilme. Ich weiß, sie gibt es und ich habe auch schon ein paar gesehen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sie komplett ignoriert hätte. Aber ich dachte so mal durchzugucken, was gibt es so für verschiedene Arten und Co. Könnte ganz spannend sein. Und dann auch mal darüber zu reden, was unser Eindruck ist. Und dank Matthias haben wir eine kuratierte Liste bekommen sozusagen. Eine Auswahl von 10 Fanfilmen, die wir euch dann auch natürlich verlinken. Beziehungsweise seht ihr ja dann in den Zeitmarken, welche wir gesehen haben. Und dann könnt ihr auch selber mal in die reingucken. Und dann auch mit unserem Podcast abgleichen, ob das eure Meinung trifft. Und ich würde aber mal allgemein einsteigen. Und Lukas, jetzt hast du ja auch diese 10 Filme gesehen. Was würdest du sagen, was ist so der grundlegende Tenor bei so Fanfilmen? Was charakterisiert die? Was macht die so aus? Was ist das eigentlich überhaupt? Also ich muss jetzt keine Urban Dictionary-Definition raushauen. Aber was macht für dich so, was unterscheidet den professionellen, offiziellen Film von einem Fanfilm? Also es ist ja so, dass es viele, viele, viele Arten gibt. Vor allem beim Star Wars Fandom, wie man, auf welche Weise man sein Fan-Dasein ausleben kann. Und wenn man eben sich für das Thema sehr interessiert und fürs Filme machen allgemein mit geringem Budget oder gar keinem Budget. Und einfach Spaß daran oder sich denkt, wow, ich würde genau gerne das mal sehen in einem Star Wars Film. Und ich habe es noch nie gesehen. Oder Star Wars in diesem Style sehen. Oder mal schauen, wie war das denn eigentlich mit den Sturmtruppen, die bei Onkel Owen und Tante Beru waren. Um schon mal nicht zu viel vorwegzunehmen. Genau. Und dann ist eben für viele Fans, oft ist das ja ein jahrelanger Prozess, was man dann so hört. Vor allem bei aufwändigeren Fanfilmen. Das ist dann eben eine klare Art, die Liebe dazu auszudrücken. Und was es eben ausmacht, was vor allem ziemlich viel auffällt, ist, in den seltensten Fällen haben wir wirklich klassisches Star Wars Musik, schon gleich beim Intro. Weil da fängt natürlich schon die ganze Copyright-Geschichte an. Und die Grauzone, in der sich das allgemein irgendwo ja befindet. Auch wenn es immer den Disclaimer gibt, dass es Non-Profit ist, nur aus Spaß, nur für Fans zum Schauen. Gibt es trotzdem da hin und wieder kleinere Schwierigkeiten, wozu wir auch später was sagen werden. Genau. Wozu wir aber auf keinen Fall was sagen werden. Trotz der Wortverwandtheit sind Fan-Fictions. Die spielen hier keine Rolle. Also liebe Rainbow-Fans da draußen. Genau. Aber dann ohne mich auf jeden Fall. Ja. Und Schauspiel ist es oft. Es gibt ja Animations-Fanfilme. Es gibt Live-Action-Fanfilme und man merkt eben oft beim Schauspiel, ja, da sind jetzt Laien an Werk. Das sind jetzt keine bezahlten Hollywood-SchauspielerInnen, die da am Start sind und ihre Sätze mit 80 verschiedenen Subtexten gleichzeitig füllen können. Also man merkt dann eben schon eine gewisse handwerkliche Liga drunter, die sich eben befindet. Also zumindest bei den meisten. Ich habe nie viel mit Fanfilmen zu tun gehabt bis zur Vorbereitung hier auf die Ausgabe und war jetzt aber beim Durchschauen doch sehr überrascht, wie gut manches dann doch funktioniert und wie kreativ vieles auch ist. Ich habe mich ein bisschen an Star Wars Visions erinnert gefühlt, wo man auf einen Schlag so sehr viele verschiedene Sachen im verschiedenen Style hat, nur eben mit Fanfilmen. Das ist ein sehr guter Vergleich tatsächlich, wie so eine Staffel Star Wars Visions mit so verschiedenen Ansichten, wie es Star Wars sein könnte. Vor allem, weil sie halt meistens auch, gut, manche erzählen eine Story nochmal, also oder beziehungsweise verarbeiten sie neu, wie zum Beispiel dieser Clone Wars Film. Aber im Großen und Ganzen sind es ja immer eigene Geschichten und das ist schon eine gute Analogie mit dem Visions. Wie ging es dir, Matthias, im Vorfeld? Ich meine, du hast die Liste zusammengestellt, du hast da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Background-Wissen dazu oder Vorwissen zu Fanfilmen. Ich gucke sie seit vielen Jahren, sage ich mal, auch relativ systematisch, kommt ja immer mal alle paar Wochen irgendwas Größeres raus und viele kleine dazwischen kriegt man gar nicht mit. Und ich fand es immer sehr beeindruckend, wenn man schaut, wie auch die technische Qualität zugenommen hat. Da sind ja teilweise auch Leute, die dann, ich sag mal, Film in irgendeiner Form studiert haben, die sich dann an sowas versuchen und das finde ich schon sehr beeindruckend, was da gemacht wird. Gut, die Inhalte sind immer ein bisschen schwächer und man sieht dann auch sehr deutlich, was den Leuten gerade wichtig war, was sie dann manchmal sogar ein bisschen überkompensieren. Ja, dann gibt es zehn Minuten Schwertkampf oder sonst irgendwas. Das ist halt so, da sind sie halt großer Fan von oder das ist vielleicht die Sache, die der entsprechende Star Wars-Fanclub aus der Region oder so, die den gemacht hat, dann am besten kann. Aber es ist insgesamt, bin ich mal sehr positiv überrascht, mit wie viel Liebe und mit wie viel Hingabe die das produzieren und teilweise ja auch richtig viel Geld investieren. Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Dieses Thema der Überkompensation, das hatte ich, damals war auch so einer meiner, glaube ich, so unterbewusst größten Kritikpunkte, diese Power-Fantasy, die bei manchen Fanfilmen so mitschwingt. Aber es ist einfach immer ein bisschen zu viel anfühlt von manchen Sachen, also auch von wie Figuren dargestellt werden zum Beispiel. Teilweise schon sehr stark in diese übertriebene Comic-hafte Art gehen, also einfach von der Stärke, beispielsweise bei Vader oder so jetzt. Ich meine, es passt teilweise, passt aber teilweise auch nicht und sieht dann auch durch das beschränkte Budget auch nicht immer gut aus, zumindest nicht so gut, wie es in einem offiziellen Film vielleicht wäre. Oder einer offiziellen Serie, wenn man die Längen mancher Fanfilme bedenkt, müsste man eher so an Serienbudgets denken. Genau, aber im Großen und Ganzen habe ich die jetzt auch nicht ignoriert. Also ich weiß noch damals, der Darth Maul Apprentice-Film war ja so ein, ich glaube, so ein klassischer, den hat jeder gesehen und über den hat auch lange Zeit jeder geredet. Das war so eine deutsche Produktion, war sehr, weil du auch gesagt hast, die sind technisch weitergekommen. Wenn man sich das anguckt, dass der, ich glaube vor sieben Jahren, 2016 kam der raus, der war damals ja schon auf einem sehr guten technischen Niveau. Den kann man auch heute noch gucken, ich habe jetzt da nochmal reingeguckt in die Vorbereitung. Wohingegen halt jetzt andere Filme, die noch 2019 erschienen sind oder so, gerade in Lichtschwertsachen, wie zum Beispiel der Kenobi-Film, Fanfilm, nicht so beeindruckend waren. Also da geht es technisch schon, kommt immer darauf an, wer es macht, wie viel Budget natürlich dahinter steckt. Aber auch jetzt zum Beispiel den aktuellsten, den du verlinkt hast, den Wingman, also der war auch technisch schon sehr beeindruckend für einen Fanfilm und vor allem auch für die Länge. Also von daher, da tut sich einiges, das stimmt. Und für mich ist es halt immer das Problem gewesen, der Anführungsstriche ganz große Workload bei Star Wars ist sowieso schon so groß, kann ich mich nicht noch um Fanfilme kümmern. Also man hat ja schon auch jetzt gerade mit dem Blog und dem Podcast sehr viel mit Star Wars zu tun und sehr viel mit offiziellem Star Wars Content zu tun und sich dann auch noch in der Freizeit sozusagen jetzt noch einen Star Wars Fanfilm anzugucken. Dann gucke ich halt mal lieber was, wo nicht Star Wars im Titel steht, wenn ich mich mal jetzt nicht gerade mit Star Wars beschäftige. Und deswegen habe ich die jetzt halt nicht regelmäßig konsumiert, aber die, die ich jetzt hier geguckt habe, da waren einige dabei, die ich sehr, sehr gut fand. Und ich habe auch diesen Troops-Film beispielsweise, diese Parodie noch nie gesehen und war sehr beeindruckt und hatte sehr viel Spaß dabei, weil das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich gedacht habe, okay, wie konntest du das so lange, vor allem das war auch der älteste davon, das ist von 1999, so lange ignorieren. Und das ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich ganz genau drauf. Jetzt rein definitorisch ist ein Fanfilm etwas, das nichts mit den Urheberrechtsinhabern zu tun hat, also nicht von den Urheberrechtsinhabern hergestellt wird und auch nicht von denen sozusagen offiziell genehmigt ist. Dann gibt es natürlich immer das Problem, was vorhin ja auch angesprochen wurde von Lukas, dass es manche nicht so begeistert davon sind. Also Matthias hat es ja im Vorgespräch schon gesagt oder angesprochen, dass es da auch mal das Thema gab, die zu verbieten. Wie gesagt, ich glaube, primär bei Star Trek, bei diesem einen Star Trek Fanfilm, wo Paramount dann versucht hat oder ja eigentlich festgelegt hat, dass gewisse Sachen nicht mehr so gemacht werden dürfen. Wie sieht es denn da aus? Naja, du bist natürlich immer mit einem Bein, sag ich mal, im Knast, wenn du sowas machst, weil du eben gegen die Urheberrechte verstößt und die entsprechenden Studios, die auch sehr stark beachten müssen und meistens dann auch relativ klare Policies herausgegeben haben, was erlaubt ist sowas nicht. Ja, gerade so im Star Wars Umfeld ist es dann ja hauptsächlich für die Kostüme, wo man gesagt hat, hier, wenn ihr der 501. angehört und Charity und so weiter und so fort, das erlauben wir euch. Andere Sachen ist man dann ein bisschen immer skeptischer. Und da muss man natürlich sagen, das war damals bei Star Trek eine Ausnahmesituation. Da kamen, ich glaube, über eine Million US-Dollar aus Crowdfunding zusammen und sollten da also eine Miniserie mit finanziert werden, die hochprofessionell gemacht werden sollte. Da sahen die natürlich damals eine Bedrohung, dass jetzt plötzlich tatsächlich die Fan-Community anfängt, da ihre eigenen Serien zu produzieren und gerade kurz bevor Discovery dann kommen sollte, da war man natürlich besonders nervös. Aber das hat natürlich sich auf den Markt niedergeschlagen, ja, also viele dieser Projekte sind damals dann reduziert oder eingestellt worden und das hat nicht nur Star Trek betroffen, das hat, kann man auch sehen bei Star Wars, nur so circa ein, zwei Jahre später schlug es dann um und auch weil immer die Videotechnik immer professioneller wurde, die den Amateuren für wenig Geld zur Verfügung steht, haben wir dann jetzt dann wieder einen Aufschwung an diesen Produktionen gesehen. Ja, aber bei Star Wars gab es jetzt nicht so offiziell so ein großes Ding von Disney oder Lucasfilm, dass sie gesagt haben, nee, wollen wir nicht, also sie werden natürlich jetzt nicht so gefeatured logischerweise, also zum Beispiel, es gibt jetzt keine Screenings von Fanfilmen, zumindest nicht auf der Star Wars Celebration oder sowas. Ich habe heute extra nochmal ins Programm geguckt, ob es vielleicht irgendwas gab, als sie in London waren, aber es ist mir nicht aufgefallen. Es gab aber zum Beispiel bei der Norris Force Con ja diese Screenings von so Fanfilmen, also auf so Fan-Cons gibt es das dann natürlich auch. Aber so offen dagegen vorgehen, habe ich jetzt nichts gefunden von Star Wars an sich. Also wie gesagt, das mit dem Star Trek Film war ja auch ein extremer Fall mit dieser hohen Professionalität. Ja. Wobei man schon sehen muss, immer wenn du Special Effects aufbaust und so weiter und so fort, bist du schnell im fünfstelligen Bereich, was so eine Produktion dann kostet. Und du siehst ja dann manchmal auch in den Abspanns, was für Software sie einsetzen, was für Add-ons und Softwarepakete zusätzlich, um diesen Effekt hinzubekommen und das zu machen und so weiter und so fort. Das ist schon beeindruckend und auch die Spielehersteller, also die Engines drücken da meistens beide Augen zu, weil da wird sich fleißig an deren Texturen bedient, an deren Engines und so weiter und so fort. Das duldet man, weil man sagt, wenn du ein lebhaftes Fandom hast, verkaufst du auch mehr. Eben, also das habe ich mir auch so gedacht, man würde sich auch ein bisschen ein eigenes Bein stellen, wenn wir jetzt da die Fans, die so viel Herzblut in ihr Projekt stecken und beziehungsweise in dieses Fandom stecken. Ich meine, die machen das ja nicht, weil sie denken, ach, damit werde ich jetzt dann nächste große Filme machen, weil sich es mir meistens eh nicht rechnet, wie Lukas gesagt hat, mit den ganzen Lizenzsachen. Gerade wenn du mal anfängst, irgendwie Musik zu benutzen oder so und dann das ja alles auch Non-Profit sein sollte. Also da machst du ja kein Plus draus, deswegen wäre es ja auch ein bisschen dumm von den Urheberrechtsinhabern, das so aktiv zu bekämpfen, weil man damit ja auch einen großen Teil des Fandoms einschränkt, die sehr motiviert sind und dieses Fandom offensichtlich lieben, damit sie sagen, ich stecke jetzt irgendwie sieben Jahre meines Lebens da rein, einen Fanfilm zu machen. Wie zum Beispiel bei Wingman jetzt, der Ende letzten Jahres dann rausgekommen ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen durch die Fanfilme durch. Wie gesagt, gesehen haben wir sie alle irgendwann mal in irgendeiner Form. Also ich und Lukas jetzt erst in der Vorbereitung, Matthias halt, als er die Liste natürlich gemacht hat und über die Jahre hinweg schon. Und als erstes hast du uns den Kenobi-Film aufgeschrieben, der mit 7,3 Millionen Aufrufe Ende 2019 erschienen ist und meiner Meinung nach schon was ganz Besonderes hat, denn er hat einen offiziellen Star-Wars-Schauspieler, schrecklich Synchronsprecher, in einer Rolle, was ja immer so dieses Präzedenzfall-Ding ist eigentlich. Also er hat ihn nicht in der Obi-Wan-Rolle, das wäre wahrscheinlich schlimmer, aber er hat ihn in der Nebenrolle als Offizier James Arnold Taylor. Und ich finde, er hat auch teilweise schon einiges von dem, also er ist ja kurz vor der Kenobi-Serie bei Disney Plus erschienen und er hat schon versucht, einiges an Lücken zu füllen dort und vor allem auch mit den Landschaftsaufnahmen zu arbeiten, wie wir es dann ja aus Mando schon kannten und so weiter und so fort. Also man hat sich schon sehr viel Mühe gegeben, da dicht ranzukommen. Ja. Ja. Und es ist ja auch randvoll mit Easter Eggs, also allein was der Obi-Wan alles zitieren lässt, vom klassischen Hello there zu dem Gedankentrick, you don't need to see the identifications. Ja. Da haben wir aufgeschrieben, in weniger als einer Minute beide Sachen getroppt. Weltrekord. Aber es erinnert mich sehr an die, vor allem die Beziehung zwischen Obi-Wan und Owen, wie sie in dem Comic von Jason Aaron von 2015 dargestellt wird, die ihn ja die Obi-Wan-Serie dann mehr oder weniger überschrieben hat. Ah, okay. Jetzt den kenne ich gar nicht. 2015 ist zu lange her, da habe ich auch keine Comics gelesen. Dann war das noch komplettes Neuland für mich. Nee, aber also auch so, wobei, also, dass er ihn nicht leiden kann, ist er jetzt, oder welche Beziehung genau meinst du jetzt? Einfach diese Charaktereigenschaft, dass er sich fernhalten soll oder verschwinden soll? Weil die kam ja dann auch in der Kenobi-Serie rüber. Genau, einfach grundsätzlich, wie der alte Ben zum Jung-Luke steht, wie Owen, was Owen ihm so sagt. Und eben dann auch, wie die beiden reagieren, wenn es eine Bedrohung von außerhalb gibt, die ja dann in der Serie ein bisschen auf die Spitze getrieben wurde. Ja, es gab einfach so ein paar Elemente, die wie direkt aus dem Comic hätten sein können. Was mich nur wahnsinnig irritiert hat, war das Lichtschwert, wenn wir darauf mal zu sprechen kommen können. Also vom Griff her sieht es ja sehr aus wie Anakins Schwert. Aber benutzen tut der Fanfilm Obi-Wan es dann wie sein eigenes Lichtschwert, das aber sonst nirgendwo zu sehen war. Und am Ende schließt es wieder weg in die Truhe, die aussieht wie die Truhe, aus der er dann Luke das Schwert wiedergibt. Habt ihr das irgendwie anders interpretiert? Ich hab's gesehen, aber ich hatte mir darauf noch keine vertieften Gedanken gemacht. Also ich hab's so verstanden, wenn ich meinen Stift aufgehoben hab, dass Obi-Wan das Schwert ja nachts irgendwie durch die Wüste getragen hat und saß, wegwerfen wollte und quasi Owens Rat folgen wollte, das Ding da sein zu lassen und eben Luke sein zu lassen vor allem und zu gehen. Und dann wurde er ja irgendwie überfallen und dann hat er das Lichtschwert aber dabei gehabt und dann kamen ja die Imperialen. Dann hat er halt das gerade dabei und hat's dann benutzt. Und ja, ich glaub, die wollten sehr stark auf diesen Blick von Luke auf das Lichtschwert hinaus, den wir dann auch in der Kameraeinstellung sehen. So als kleines Foreshadowing hin. Also es war von Anfang an Anakins Lichtschwert, glaub ich. Okay. Und sein eigenes hat er einfach kein Wunder bestätigt. Sein eigenes hat er nicht dabei gehabt, weil er ja nicht kämpfen, er wollte ja nur das andere verschwinden lassen oder weg tun, wegschmeißen, wegwerfen. Wobei das in eine Schlucht zu werfen, eine möglichst denkbar unnützige Art und Weise zu verstecken oder zu verwerben. Ja, ein Jahr war auf dem Kopf am besten. Genau, ich fand auch am Anfang... Der daraufhin in den Flammen aufgeht, aber das später. Das kommt später, ja. Ich freu mich schon drauf. Ja. Ich fand nur am Anfang extrem unscharfe Einstellungen teilweise. Also gerade in der Höhle diese Lens-Flair-Effekte und so. Also es war so... Es hat sich irgendwie teilweise vielleicht ein bisschen so... Also ich dachte, ist meine Brillenstärke jetzt nicht mehr die richtige? Ist das einfach wirklich so unscharf? Also da war sehr viel so... Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Profi im Filme-Machen, aber so ein Vignetteneffekt, der aber alles außenrum komplett verschwommen gemacht hat. Und das wirkte irgendwie so wie so ein Fiebertraum in dieser Höhle. Ich weiß nicht, ob das diesen Dampf und dieses Feuer darstellen sollte, dass das dann so wahr war da drin. Aber irgendwie fand ich das so mit Absicht undeutlich wahrscheinlich, damit man ein bisschen den Hintergrund kaschieren kann oder so. Ich hätte das auch gesagt. Die Freilandaufnahmen oder Freiluftaufnahmen dann auf der Farm, ich meine gut, das war in der Wüste, das war dann nicht mehr so. Der Kampfstil war aber ganz gut, aber die Effekte halt... Das war halt so ein Beispiel, wo ich gesagt habe, da merkt man schon, die Lichtschwerdeffekte haben andere Fanfilme drei Jahre früher noch besser hinbekommen. Also das Lichtschwert war mit das Schwächste, fand ich an dem Film. Aber James Arnold Taylor fand ich ganz gut. Man hat auch gemerkt, dass er der professionelle Schauspieler ist und alle anderen eher so im Amateurbereich unterwegs sind. Aber am Ende eine nette Ergänzung eigentlich. Also auch so ein Thema, was man kurz machen kann. Obi-Wan soll verschwinden. Dann werden die da untersucht oder durchsucht. Dann merken sie, okay, wir brauchen Obi-Wan vielleicht doch, weil doch die Gefahr für Luke noch besteht, dass da das Imperium kommt. Und dann ist erstmal wieder alles gut und dann bleibt es halt erstmal beim Status Quo. Also man verändert jetzt nicht viel am Kanon, es bleibt dabei. Es ist halt so ein kleiner Encounter zwischendrin. Dass er dann natürlich alle mit der Macht dazu bringt, das alles zu vergessen. Ist schon ein bisschen strange. Aber musste ja so sein, sonst hätte er ja irgendwelche Konsequenzen haben müssen. War ein bisschen gewollt, die Story. Aber das hast du häufiger mal. Das ist ja was zum Lachen auch mal. Ja. Gut. Habt ihr da noch was zum Kenobi-Film? Ist noch irgendwas in der technischen oder handwerklichen Hinsicht aufgefallen? Was ihr noch ansprechen wollt, wenn nicht, gehen wir zum Shadow of the Republic. Einem Star-Wars-Short-Film in Animationsstil. Und zwar hat er die Republic Commandos ja als Fokuspunkt. Und Lukas, wie hat dir das gefallen? So ganz grob. Ziemlich gut, tatsächlich. Also er gibt sehr einen Vibe wie von einem guten Spiele-Trailer. Oder von einer Cinematic-Cutscene aus einem Videospiel. Was ja passt, weil Republic Commando ursprünglich ein Game war. Und das war der erste Film, den ich tatsächlich jetzt zu der Vorbereitung ja angesehen hatte. Weil er halt auch schön kurz und knackig ist. Und ja, zeigt eine Seite von den Klonkriegen, die man so in der Animationsserie hauptsächlich nicht hat. Also ist ziemlich ernst, ziemlich düster, ziemlich dreckig. Und hat eben am Anfang ein klares Mission-Briefing, in dem auch den ZuschauerInnen gezeigt wird, worum es gehen soll. Es ist ja ein recht gängiges Stilmittel bei solchen Geschichten. Und nee, der hat mich voll überzeugt, hat Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, habe im Abspann nicht drauf geachtet, aber es klang fast, als ob sie die klassische Klonstimme verwendet haben auf die eine oder andere Weise. Also entweder haben sie sie wahnsinnig gut imitiert bekommen, oder sie haben diese klassischen KI-Tools, die es ja inzwischen gibt, genutzt. Je nachdem, wie alt er ist. Ich glaube, sie haben die Spiele-Engine. Und dann kannst du sowas natürlich nutzen. Ja, so eine Mischung. Für die Stimmen? Das meine ich. Achso, für die Stimmen. Weiß ich nicht. Also sie klangen sehr gut. Gut, durch die Helme kannst du auch ein bisschen was kaschieren. Aber ich glaube jetzt nicht KI, das war 2020. Weiß ich nicht, ob da das schon so... Ging ja jetzt die letzten Jahre dann doch recht schnell, die Entwicklung. Ob das dann schon so gut war, die Voice-Imitation. Also es war auf jeden Fall, jetzt von der Engine her, es war animiert im Motion-Captured-Ding. Also es sind quasi Leute da rumgelatscht, haben aber dann halt, wie gesagt, einen Animationsstil drübergelegt. Wie bei einem Videospiel. Das ist aber auch aufgefallen. Also es hat sehr oft versucht, sehr realistisch zu sein. Das hat auch bei vielen Innen-Dingern funktioniert. Das hat aber teilweise nicht funktioniert, wenn die Figuren laufen. Also mir hat vor allem dieses Laufen im Regen nicht gefallen. Entweder sind die Figuren teilweise sogar über dem Boden geschwebt oder Füße im Boden verschwunden. Also hat man einfach gemerkt, dass da manche Einstellungen einfach, also dass dann dieser Raum draufgelegt wurde auf die Motion-Capture-Sache, aber dann halt vom Winkel nicht richtig gepasst hat. Und dadurch Sachen im Boden verschwunden sind. Und dadurch, dass das so einen realistischen Anstrich haben wollte, ist mir das halt besonders ins Auge gefallen. Wenn das jetzt noch ein stilisierter Stil gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht so ins Auge gesprungen. Ja. Ja. Aber Matthias, die hatte ja auch einen kleinen Twist, die Story. Was ich eigentlich ganz beeindruckend fand für die Länge, die sie hatte. Wie hat dir das gefallen? War überraschend, aber ist ja, sag ich mal, Foreshadowing auf das, was dann passiert. Nämlich, dass die Kommandosoldaten plötzlich neue Anweisungen bekommen und dann eine ganz andere Mission ausführen. Ja. Und dass ein gewisser Herr in Koh-Sund sich dann freut, dass sie bald zurückkommen zu ihm. Ja. Genau, also das ist auch, das hat mich ein bisschen an den Umbara-Ark erinnert. Weil ich bin immer auch der Meinung, dass das natürlich keine als Druiden verkleideten Klone waren. Äh, andersrum. Als Klone verkleidete Druiden waren, sondern echte Klone. Und weil das ja dann am Ende so aussehen sollte, als wären das die Separatisten gewesen, die den Senator und die Klone getötet haben, um wieder einen Anlass zu kriegen, den Krieg weiter zu befeuern. Ähm, das heißt, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich ja das Umbara-Ding damals auch sehr gut fand. Ich fand's so ein bisschen gewollt, dass das keiner hinterfragt. Also, dass da keiner mal unter den Helm guckt. Aber gut, es hat auf Umbara auch lange genug gedauert. Ähm, genau. Deswegen. Und dann hätte man Gesichter animieren müssen. Ja, das stimmt. Sehr viel Spiel. So hatte man nur das Alien-Gesicht tatsächlich, das stimmt. Und Palpatine hat man ja nicht gesehen, nur von hinten quasi in seinem Büro. Genau. Ja. Also ja, die Story hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Animation, wie gesagt, für den Realismusanspruch war mir dann doch ein bisschen zu. Äh, teilweise nicht gut genug. Also, gerade die Regeneffekte haben mir nicht gefallen. Und wie gesagt, dass manche Sachen im Boden verschwunden sind. Aber so im Raum und diese ganzen Kampf-Szenen, die waren dann schon ansehnlich. Die Außenaufnahmen waren auch etwas schwach, weil sie halt unbeweglich waren. Ja. Sie schlichten da durch eine unbeliebte Straße, was in Chorossant auf der Ebene eher unwahrscheinlich war. Ja. Gut, dann kommen wir wieder zu einem größten... Achso, übrigens 3,9 Millionen Aufrufe und ist Ende 2020 erschienen. Also, jetzt nicht einer der beliebtesten Fanfilme. Allein von Aufrufen her jetzt, ne. Es geht jetzt nur darum. Ähm, aber noch einer der neueren, wenn man so will. Genau. Die konnten auch gar nicht so viel gesammelt haben über die Jahre. Ja. Gut, dann kommen wir zu Darth Maul Apprentice. Wie gesagt, dem... Ich würde zwar sagen, Platzhirschen. Ähm, 32 Millionen Aufrufe tatsächlich. Und ist im März 2016 schon erschienen. Und wurde, wie gesagt, vorne in Deutschland produziert. Also auch mit berühmten, ja, deutschen teilweise, ich glaube sogar Influencer-Dingern. Also das eine ist auf jeden Fall Maul Cosplay. Das ist so ein... Der macht auch für Witcher und so. Aufschlagsproduktion ist halt so ein professionelles, äh... Da heißt es, glaube ich, sogar Maul Cosplay. Äh, ähm, so ein professionelles Cosplay-Team, was da halt für verschiedene Conventions und auch Entwicklerstudio und so immer wieder Cosplays macht. Und der, der Maul gespielt hat, wie gesagt, dann halt auch in die Rolle geschlüpft ist. Ähm, eine sehr auf Kampf ausgelegte Handlung. Also Maul muss ich... Passt ja auch in gewisser Weise zu Maul. Das spielt so kurz vor Episode 1. Äh, Maul muss sich seinen Meister so ein bisschen beweisen. Und zeigen, dass er es kann. Und deswegen lockt Sidious halt ein paar Jedi auf seinem Übungsplaneten. Und schaut mit Kameras und Co. dabei zu, wie er die abschlachtet. Das ist eigentlich die ganze Handlung. Ich glaube, im Ganzen zehn Sätze gesagt, ja. Hm? Im Ganzen wurden zehn Sätze gesagt. Ja, ja. Die Maul ist sowieso nicht der gesprächigste. Also von daher, ähm, passt das auch wieder. Aber es ist tatsächlich, wie gesagt, ein sehr starker Fokus auf Action. Aber es ist halt eine sehr gute und hohe Produktionsqualität. Also gerade sowas wie Kameraführung. Und dann halt die Lichtschwert-Effekte als auch die Choreografie. Da kommen andere Filme nicht so nah ran. Also es war schon ein sehr gutes Niveau. Dafür, dass es ein Fanfilm ist. War es damals schon beeindruckend. Und jetzt immer noch. Also das ist eigentlich das Beeindruckendste, dass es jetzt immer noch beeindruckend ist. Ja. Sehr gut gealtert, sage ich mal. Ja. Was die Special Effects anbelangt. Und ist natürlich halt auch von einem semiprofessionellen Team mit definitiv Film-Know-how produziert worden. Es gibt ja auch manchmal Making-of. Filme zu den Fanfilmen. Und da kannst du dann sehen. Im Prinzip aufgestellt wie eine komplette Film-Crew. Ja. Das ist schon sehr professionell gemacht. Was ich auch sehr nett fand. Ich kenne einige der Orte, an denen sie gedreht haben. Und war dann so im Nachhinein froh. Oh, das ist gut. Als du hier durchgewandert bist, war Maul nicht da. Da war es noch sicher. Ja, ja. Ein bisschen Lokalkolorit-Faktor. Da ist dann noch reinkommen. Ja. Lugo, hast du den damals schon gesehen oder auch jetzt das erste Mal? Nee, ich habe den jetzt zur Vorbereitung nicht nochmal gesehen. Ich habe ihn geschaut, als er damals erschienen ist. Und teilweise aus Neugier, weil er eben Wellen geschlagen hat. Ja, und er hat dafür gesorgt, dass ich dann bis heute eigentlich einen möglichst großen Bogen um Pferdfilme mache. Natürlich stimmt, was ihr alles gesagt habt. Das ist auf einem ziemlich hohen Niveau. Absolut. Aber ich glaube, mein größtes Problem ist die Darstellung der Macht. Also, dass sie so als blaue Energiewellen, die immer geschossen werden, gezeigt wird. Und das ist für mich irgendwie, ja, mit der Inbegriff dafür, dass es sich eben nicht immer an gewisse Regeln hält. Und die aber ich gerne erfüllt haben möchte, wenn ich Star Wars sehe. So gewisse Sachen, die einfach feststehen. Und die die Vorstellung, dass kurz vor Episode 1 Maul schon so viel mit Jedi zu tun hatte. Und bis hin, dass eben die Macht aus blauen Wellen besteht und eben so konsequent dargestellt wird. Das war mir dann eben einfach zu weit weg von dem, wie ich es gerne sehe und schätze. Und deswegen war das für mich eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, ja, Fanfilme sind nicht meins. Ja, also ich glaube, das hängt aber auch stark zusammen, weil ich habe das auch aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, Visualisierung von Machteffekten vielleicht etwas zu viel. Wo es bei Kenobi halt nur Luft war, die sich bewegt hat sozusagen. Also da war es wieder zu wenig. Das sind so diese Nuancen dann, wo man auch merkt, wo eine professionelle Produktion ist und wo halt ein Fanfilm ist. Dass man genau diesen Grad, diese Gradwanderung hinbekommt. Und ich glaube, hier merkst du das besonders, um mal jetzt auch wieder diese Visions-Analogie zu bemühen. Weil es so hoch produziert ist, also weil die Produktionskosten so hoch sind, fällt dir halt mehr auf, dass es nicht so, dass es dann trotzdem in gewissen Punkten nicht so ist, wie eine offizielle Produktion. Und es deswegen noch mehr ins Auge fällt. Wenn ich jetzt eher diesen Visions-Ansatz hätte, dass es was komplett anders aussieht oder billiger aussieht, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Also wenn jetzt Lichtschwert-Effekte nicht so gut sind, dann fällt mir auch nicht auf, wenn die Macht ein bisschen zu blau ist oder zu viel Wellen schlägt, um so zu sagen. Zumindest fällt es mir nicht so sehr auf, weil ich dann generell sage, okay, das ist halt ein Fanfilm. Aber hier war das für meine Ansprüche damals und heute das Niveau so hoch, dass einem eben halt Sachen wie eben diese Macht und auch inhaltlich, wie du sagst, dass so viele Jedi da schon auf Mall treffen, ein bisschen zu viel war oder zu sehr ins Auge gestochen ist. Und das ist einerseits ein Lob für die hohe Produktionsqualität des Films, andererseits halt auch ein Kritikpunkt, der tatsächlich auch zusammen mit zu viel Action wahrscheinlich auch bei mir so ein bisschen dafür gezogen hat, dass ich dann andere Fanfilme nicht mehr so oft gesehen habe, weil ich immer gedacht habe, okay, das sind halt dann so Actionfilme. Also wo es dann wirklich nur darum geht, jetzt bekämpfen die sich und dann ist es gut. So war ich dann halt lange, ich habe lange Zeit Fanfilme als das gesehen, was Darth Maul Apprentice war und nicht gedacht, dass es mehr verschiedene Stile gibt. Und auch Handlungen, die natürlich da behandelt werden können. Die haben halt massiv überkompensiert. Ihnen fehlte Maul und ihnen fehlten lange Kampfszenen und das haben sie dann da bis zum Exzess getrieben. Genau. Das hat man ja auch an anderen Fanfilmen, wo dann plötzlich irgendwelche Weltraumschlachten bis zum Exzess getrieben werden oder sonst irgendwas. Das ist immer die Gefahr, wenn die auf irgendwas besonders stehen, dass sie dann da 30 Minuten Weltraumschlacht draus machen oder sonst irgendwas. Ja, so ein Exzess-Ding haben wir auch dann als nächstes eigentlich, weil Vader Episode 1 Scherben der Vergangenheit von einem sehr unproblematischen YouTube-Kanal. Der, ich weiß nicht, ich habe den damals nicht gesehen, der scheint ja auch sehr beliebt zu sein. Ein guter Kanal hat an sich relativ viele Aufrufe mit 28 Millionen Aufrufen Ende 2018 erschienen. Das war für mich so dieses Thema Power-Fantasy. Also da war, da ging es halt wirklich, der hatte versucht so ein bisschen eine Story zu erzählen, auch mit Padme und was ist jetzt real, was stellt sich weder nur vor, was passiert wirklich. Aber der endet halt auf einem Cliffhanger, der bis heute nur so halb aufgelöst wurde. Also es gibt ja dann auch so ein paar Kurzfilme, also noch kürzere Teile, die dann so Ausschnitte zeigen. Dann ist auch plötzlich ein Windu wieder da und also zumindest wird angedeutet, dass er wieder da sein wird im kommenden Film, der halt nie komplett ausgestrahlt wurde. Ja, also das war mir einfach ein bisschen zu viel Power-Fantasy, aber ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also wie sieht es da aus mit Vader-Scherben der Vergangenheit? Was wäre, wenn Greg Peck die Comic-Reihe zwischen Episode 3 und 4 geschrieben hätte? Ja, wahrscheinlich. Also Padme auf jeden Fall, Padme Nostalgie, das kann er, Greg Peck, also wenn er was kann, dann das. Ähm, und wie gesagt, diese, ja, ich weiß nicht, dieses Blitz-Lichtschwert-Rote-Wache-Kombo, habe ich aufgeschrieben, war mir viel zu comic-haft. Also wo dann diese Rote-Wache zwischen die gehalten wird und dann irgendwie alles so blitzt und, ich meine, das ist immer auch ein Fanfilm, die Effekte sind dann halt nicht so gut und dann wirkt das so richtig fast schon parodiehaft, wie die da so wackeln, so äh, 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 der eine schockt, der andere empfängt und der andere hängt in der Mitte und wackelt komisch. Dann merkst du halt schon, dass das dann auch keine professionelle Produktion ist, wo das 5, 6, 7, 8, 9, 20 Mal gedreht wird, sondern das wirkte schon teilweise ein bisschen sehr comic-haft. Aber ja, Matthias, ähm... Es ist ja auch einer dieser typischen Beispiele dafür, wo plötzlich eine Story dann über 2, 3, 4 Folgen geht, ja, um nicht in diese Exzesse zu gehen. Es gibt da ja von den Gleichen, glaube ich, auch eine Neuinterpretation oder eine Wunschinterpretation von Episode, war es jetzt 8 oder 9, mit 2 Stunden 30 oder irgendwie sowas, ja. Wo man dann manchmal sagen muss, Kinders, weniger ist oft mehr, ja. Ja, ähm, die wollten dann halt mal zeigen, was, was sie sich so wild ist, ausgedacht haben. Ja. Aber auch, auch das gehört dazu, ähm, kann man dann nur sagen, willst du die Zeit investieren, ja, nein, ja, bitte klicken sie hier. Und ja, entweder man tut sich's an oder eben nicht, ne. Ich, ich finde sowas meistens mehr Unterhaltungskarakter. Das ist so wie, wie Fan-Theorien oder sonst irgendwas. Ja, ja, bei, bei, ich sag halt sowas, bei Star Wars Theory hat das immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, solche Filme dann auch, weil, ja, ja, da nicht gerade dafür bekannt ist, dass er Disney Star Wars sehr mag. Und da auch ab und zu mal so ein paar Skandärchen aufpackt, wenn er zu der Schattenseite des Fandoms gehört. Deswegen, ähm, hat es halt immer so diese Power-Fantasy und das ist jetzt so mein, auch wie du gesagt hast, ne, meine Ansicht von Episode 7, 8 und so. Das sind halt dann immer so, ist es da noch Fandom oder ist es eher so, hier, so macht man's eigentlich? Also eher so dieser belehrende Charakter, der dann noch kommt oder ist das wirklich so ne, ich möchte jetzt meinen eigenen, äh, Dings machen, weil ich das Universum so liebe? Also was ist es von den beiden? Und das finde ich halt bei ihm immer schwer zu identifizieren und deswegen hatte ich da so ein, zwei Problemchen da auch mit der Darstellung einfach. Aber an sich, äh, natürlich merkt man schon die Produktion, es war halt sehr stark Hammerspiel, das war alles in diesem sehr bescheidenen Drohnensaal auf der Veneta, oder auf dem Veneta. Also, ähm, ich weiß nicht, von Perpetins Büro, schön in rot und rund eingerichtet zu diesem hässlichen Stuhl auf dem Veneta mit einem Fenster nach links. Ist schon ein ganz schönes Downgrade, also als Imperator hat man's heutzutage auch nicht mehr leicht. Ja, gutes Personal, schwer zu kriegen. Ja. Und vor allem gute Innenarchitekten scheinbar, aber... Handwerker. Ja. Aber ja, ähm, das, das fand ich dann schon ein bisschen sehr klein gehalten, dieses, diese Szenerie. Also gerade so, wenn man davor diesen Maul-Film halt bedenkt mit diesem offenen, ne, wo halt wirklich auch in echter Location gedreht wurde, merkt man hier schon sehr die Künstlichkeit dieses Raums und dieses Kammer, äh, dieser Kammer, wo das hauptsächlich spielt. Sehr gut war halt der Effekt, als er im Bagdad-Tank da erwacht und dann man Vader sieht quasi. Aber das war halt auch komplett animiert, wahrscheinlich. Aber grundsätzlich, ähm, also das ist der zweite Film neben Darth Maul, den ich vorher schon gesehen habe, als er halt damals erschienen ist. Mhm. Deswegen ist die Erinnerung nur noch vage. Aber ich fand den, den Look und das Color-Grading ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Also es hat, da wurden sich schon Gedanken gemacht, genau. Alles in allem, das Casting total daneben, auch wenn es sehr bemüht war, aber... Vom Imperator meinst du das? Von allen, auch von Partner. Also es sollte dann immer sehr Look-alike sein, wirkt aber irgendwie eher einfach nur wie sämtliche Cosplay-Fotos von bekannten Figuren. Spaceballs. Genau. Ja. Okay. Aber die, die Fortsetzung hätte ich eigentlich gern gesehen, genau. Daran, daran erinnere ich mich noch. Die 2 und 3 müsste es aber eigentlich geben, auch in voller Länge, im Sinne von 20 Minuten oder irgendwie sowas. Echt? Ja, muss ich mal so kommen. Also ich geguckt habe, habe ich nur so 2, 3 Millionen Ausschnitte gefunden von 2 und 3. Die Trailer gibt es, aber es muss ich mal gucken, aber manchmal verschwinden die Dinger plötzlich, ja, keine Ahnung. Irgendein KI-Algorithmus bei YouTube hat entschieden, das Ding ist jetzt irgendwie verdächtig und wuppt, das ist erst mal wieder weg für ein paar Monate. Ja. Reichen wir nach. Sagt man doch immer so schön. Ich bin gespannt. Fallen Angel, Battlefront 2 Engine. Ja. Greg Pax, weitere Beiträge zum Star Wars in dem Herz und Vader besucht das Grab von Partner auf Naboo. 1,9 Millionen Aufrufe im September 2021 erschienen, also auch wieder so ein kleinerer Fanfilm jetzt, der nicht direkt so Rekorde bricht. Ist auch sehr kurz, ja, ist glaube ich der kürzeste auf der Liste. Da geht glaube ich so 2, 3 Minuten nur. Und ja, also klar, die Battlefront 2 Engine, äh, was war das, ähm, Frostbite? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, jedenfalls die Engine in der Battlefront 2, äh, gemacht wurde, ist sowieso schon visuell beeindruckend. Und das würde ich einfach nur sagen, also wenn man ein bisschen von 2 Spielen auf hohen Grafik einstellt und das ist halt egal, ob es jetzt die Figuren sind oder die Wassereffekte. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Gesichter, aber das ist jetzt bei einem Spiel, wo man hauptsächlich Sturmtruppen und so spielt, jetzt auch nicht so wichtig in einem Multiplayer, wo man die Figuren vor allem meistens von hinten sieht, ähm, während man sie steuert, äh, das ist schon eine sehr gute Grafik, die diese Spieler haben und durch diese Engine, äh, transportiert wird und das sieht man in dem Film auch. Also gerade, weil ich bei Republic Commando noch so gesagt habe, diese Wassereffekte, die funktionieren hier halt schon mal um Längen besser, weil es halt in der Engine einfach drin ist. Also die Camino Map und so, die hat halt standardmäßig Regen und dadurch kannst du das halt schon mal viel, viel besser wahrscheinlich darstellen, wenn du einfach diese Engine als Grundlage nimmst. Aber, ja, wie, wie sieht's bei euch aus? Bin ich völlig deiner Meinung. Ähm, hatte ich auch eben als Beispiel für, für diese Engine-Nutzung hauptsächlich reingefügt, ja, um mal zu zeigen, dass man auch ganz anderen, äh, Blickwinkel oder einen ganz anderen Werkzeug dafür benutzen kann, solche Filme herzustellen. als immer mit einem kleinen Ensemble irgendwo im Wald und, äh, es war ja nur ein, nur ein Moment, ja, da wollte jemand dann zeigen, gucke mal, dass Vader besucht Patmos Grab. Ja. Meiner Meinung nach hättest du das Gemetzel am Ende nicht gebraucht, aber, gut, bisschen Action muss halt immer dabei sein. Genau, bisschen Action ist halt einfach so, jetzt muss das auch noch kommen sozusagen, damit es halt, ja, schwer auszudrücken, aber ich finde halt, dass das gehört halt so ein bisschen zu diesem Anspruch wahrscheinlich auch, was viele Fanfilmer haben. so dieses, wir haben ein Stück Handlung und ein Stück Kampf, um einfach auch zu zeigen, was so alles möglich ist. Und weil man es wahrscheinlich auch selber einfach gern so die, die Herausforderung hat, das zu zeigen. Das war jetzt auch kein Riesenkampf, es war halt gegen diese paar, äh, Rebellensoldaten, was halt auch passt, dass die da halt auf Naboo patrouillieren, während Vader. Es war auch, glaube ich, eine Einreichung für einen Fanfilm-Bettbewerb, wenn ich das richtig gesehen hatte, der 2021 stattfand, genau. Ja, ich fand ihn ganz nett, ich habe nur das Gefühl gehabt, ähm, also, dieser Effekt, dass es halt eben mit begrenzten Mitteln hergestellt wird, hat sich, vergrößert sich halt noch, auch wenn man in Star Wars Battlefront 2 viel gespielt hat, wenn die Waffen und wenn eben die Rebellensoldaten dort einem ziemlich gängig sind, weil, weil es eben teilweise direkt rausgenommen wurde. Also manche, manche Animationsabläufe, wenn Vader jetzt die Rebellensoldaten wirkt, das hat man dann eben schon sehr gemerkt, ja, dass das fast, fast direkt rausgenommen wurde und das wirkte, wirkte dann sehr recycelt auf mich. Es gibt ja sogar einen Fanfilm, der aus diesen Szenen zusammengeschnitten worden ist. Das ist dann schon eine Liebesarbeit, sage ich mal, diese ganzen Szenen zu finden, aneinander zu stücken, einen neuen Kontext zu bringen, der einigermaßen Sinn macht, also das ist halt auch ein Teil der Kreativität, die zur Verfügung stehenden Werkzeuge bestmöglich zu nutzen. Ja, ich glaube, Star Wars HQ war das, oder? Die da so einen Star Wars-Fanfilm in Battlefront 2 gedreht haben, richtig, also immer wieder die gleichen Einstellungen gelaufen sind und so, müsste es gewesen sein. Habe ich damals auch mitbekommen, habe ich das Endresultat nie gesehen. Das ist auch so ein Problem, was wir so mal zwischendurch reinwerfen können. Es gibt sehr oft sehr, sehr viele Trailer und Ankündigungen und hier, das ist der aktuelle Stand. Und dann siehst du nie das fertige Produkt, weil du es einfach dann vom Algorithmus nie mehr vorgeschlagen bekommst. Also du schaust dir diese ganzen Trailer an. Zum Glück war es beim Nächsten, was dann kommt, bei mir umgekehrt. Ich habe die Trailer nie mitbekommen und war dann total überrascht, was, das gibt's, als es rauskam. Aber in den meisten Fällen ist es bei mir so, oh, da ist mal ein Trailer, ja, ich gucke mal so drüber, okay. Und dann, wenn du jetzt nochmal nachguckst, ja, so vor drei Jahren kam der Trailer und der fertige Film ist jetzt da. Und du denkst so, ja gut, das ist halt dann blöd gelaufen, weil so lange hält der Algorithmus das auch nicht in der Hinterhand. Und dir dann das Nächste vorzuschlagen. Und oft genug gibt es dann ja den fertigen Film auch gar nicht. Die haben dann nach zwei Jahren mal gezeigt, was sie schon bislang geschaffen haben. Und irgendwo ist ihnen auf der Strecke die Lust oder das Geld oder die Zeit ausgegangen. Wir kennen es ja alle. Als Student fängt man an, hat noch mehr Zeit zur Verfügung. Dann hat man plötzlich den ersten Job, Familie und dann ist das Hobby plötzlich nicht mehr so wichtig. Und dann enden viele dieser Projekte auch einfach nirgendwo. Gibt es nicht, ich meine mal von gehört zu haben, so ein legendäres, unglaublich lange schon in Entwicklung sich befindendes deutsches Fanprojekt über die Tudirium? 20 Jahre oder so. Also ich glaube, die waren noch auf der NFC damals. Ich habe es auch, also Tudirium, weil du es gerade sagst, irgendwas klingelt da. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es schon draußen war oder so. Seit 2002 produziert. Also es ist halt so. Plötzlich wechselt der Cast, ja, oder sonst irgendwas. Manchmal stirbt auch einer, das hatte ich bei dem einen Film auch. Den ist auf halber Strecke da ja Hauptdarsteller abhanden gekommen. Jo. Das passiert schon mal. Ja, und der ist immer noch nicht draußen, soweit ich sehe. Also ja, wie du gesagt hast, seit 20 Jahren in Entwicklung. Wie gesagt, genau, die war noch auf der Neues Forst. Und daher kannte ich das jetzt so, weil ich gesagt habe, Tudirium, wie ich schon mal gehört. Genau, da haben sie mal Informationen gezeigt und wieder ihren Stand sozusagen. Also sie arbeiten scheinbar noch dran. Aber wie gesagt, das dauert halt alles, ne. Und manche Sachen sehr, sehr lang, manche halt dann nicht ganz so lang. Aber da waren auch einige der Filme dabei, die wir angeguckt haben, die schon lange. Also ich glaube, Maul Apprentice war so mit der Schnellste tatsächlich auch. Also ich weiß nicht, ich habe das Making-of damals auch gesehen. Aber das war halt auch schon vor sechs Jahren. Es war ja irgendwie nur eine Woche, weil natürlich auch dieses Equipment sau teuer ist, ne. Und dann die Schauspieler und so. Also es muss ja dann alles schnell gehen. Und die Postproduktion hat auch nicht so ewig gedauert. Also sie haben es halt dann sehr schnell gemacht. Also der hat jetzt nicht irgendwie sieben Jahre Zeit gebraucht, bis er da war, sozusagen. Wie andere Filme mit Effekten und allem. Sondern er war, glaube ich, so ein paar Monate, knapp ein halbes Jahr Angelegenheit. Aber er müsste sich nochmal ins Making-of gucken, kann ich jetzt leider nicht sicher sagen. Aber zum Beispiel halt der Wingman oder so, wo sieben Jahre in Entwicklung ist, da merkst du halt schon die Unterschiede. Man muss halt auch sehen, wenn was wirklich gezeichnet wird, wie bei TIE Fighter. Das dauert dann einfach. Die zeichnen jedes Bild und so weiter und so fort. Mit der Animationstechnik musst du zwar viel rechnen. Dann hängt es halt davon ab, mit welcher Hardware bist du da unterwegs. Und auch da kann es mal schnell ein paar Wochen dauern, bis dann irgendwelche Szenen fertig sind. Je nachdem, welche Qualitätsstufe du da zum Einsatz bringst. Aber das ist immer auch die Abwägung, die man da treffen muss. Wie wichtig ist die Szene? Brauchen wir sie wirklich in höchster Qualität animiert? Oder können wir das überhaupt leisten? Ja. Genau, und vor Weihnachten, wie gesagt, ist mir dann plötzlich ein Film in die Timeline gespült worden. Den ich vorher null auf dem Schirm hatte, obwohl ich eigentlich absolute Zielgruppe dafür bin. Nämlich Clone Wars Battle of the Heroes, a Star Wars Fan Animation. Lukas, was sagst du? Wieder so ein Fall von einem Fernfilm, der Wellen geschlagen hat. Und sogar ich, der mich eben nicht viel damit beschäftigt ist, mitbekommen habe. Weil sehr, sehr viele Stills aus ihm über Social Media gingen. Weil der Film ja im Prinzip das Ende von Episode 3, also nicht das Ende Ende, aber ausgewählte Szenen, das Duell zwischen Obi-Wan und Anakin auf Mustafa hauptsächlich, in dem Clone Wars Look neu interpretiert. Und das ist auf jeden Fall schon auf dem Papier eine sehr spannende Sache. Ich habe ihn jetzt heute für die Vorbereitung endlich mal gesehen. Und ging für mich voll auf. Also es hat nicht ganz die Qualität der Clone Wars Animation, zumindest aus den späteren Staffeln, getroffen. Es gab dann hin und wieder mal manche Bewegungen, vor allem in der Mimik, die nicht auf so einem ganz hohen Niveau waren. Aber alles in allem fand ich es mal mega spannend, diese Live-Action-Szene, die man in- und auswendig kennt, die zu einem der Highlights der Saga gehört, in dem Look aller Geschichten mit Anakin und Obi-Wan, die man als Zwischenepisode 2 und 3 erlebt, mal zu sehen. Genau, ich weiß gar nicht, wie haben sie das mit dem Ton gemacht? Ist das der Originalton aus den Filmen? Teils, teils. Ich glaube schon, ne? Also es ist auch ein paar Sachen nachsynchronisiert, glaube ich sogar. Und dann halt wahrscheinlich dann in dem Fall tatsächlich mit KI irgendwie drüber gehen lassen. Aber das mit den, allein schon die Stimmen genau, das hat mich auch beeindruckt. Gerade am Anfang halt, wo man halt sehr viele neue Voicelines hat. Wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Anfang war ja aus dem Umbara-Arc. Richtig. Und da war ja schon... Umbara? Umbara oder was? Uta Pau. Uta Pau, genau. Uta Pau, genau, der halbfertig animiert war. Genau. Und da war ja auch schon synchronisiert. Das heißt, da hatte man halt die Voicelines auf jeden Fall. Das andere war größtenteils dann Film, denke ich mal. Und dann halt die zusätzlichen Sachen noch eingesprochen. Also es ist... Das hat mich auch beeindruckt. Und die Musik wurde verwendet. Genau. Die Originale. Das hat auch viel, viel ausgemacht schon. Und wie du schon sagst, man sieht diese ganze... Man sieht es dann wie eine einheitliche Timeline plötzlich. Also wie du gesagt hast, man hat diese ganz vielen Storys in Clone Wars sieben Staffeln lang, wo Obi-Wan und Anakin meistens oder viele Missionen zusammen machen. Und dann hast du auch den Abschluss, die Trennung sozusagen, den Verrat, den Kampf in diesem Stil. Das fühlt sich dann halt wirklich nochmal so wie eine weitere Episode aus Clone Wars an. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich das gesehen habe. Wie gesagt, vorher null auf dem Schirm gehabt. Und riesen Clone Wars Fan, das war genau für mich gemacht. Und Mimik und auch Anakins Haare teilweise, da bin ich voll bei dir. Nicht hundertprozentig der Animationsstil natürlich aus den späteren Staffeln, aber natürlich auch eine ganz andere Herausforderung für so ein kleines Team. Aber gerade dann auch die Mimik und so, als Anakin in der Lava verbrennt, die war schon sehr gut getroffen bei Obi-Wan. Also bei den wichtigen Szenen sozusagen haben sie sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben, da auch die richtigen Sachen zu transportieren, die auch im Film dargestellt werden. Also ein sehr beeindruckender Fanfilm. Bin auch ein bisschen biased, wie gesagt, aber ja. Matthias? Bin ich völlig bei euch. Und ich finde es beeindruckend, dass jemand, auch wenn es nur eine Nacherzählung oder eine kombinierte Nacherzählung ist, sich die Mühe macht, das dann so zu machen, weil er so ein großer Fan der Clone Wars Optik, sage ich mal, war. Ja. Das ist schon beeindruckend. Also da steckt unheimlich viel Zeit und Mühe hinter. Ich finde es immer toll, dass die Leute das auch wirklich machen. Nicht nur drüber reden, sondern auch wirklich machen. Du hast ja auch diese zusätzliche Herausforderung, dass du ja nicht nur was nacherzählst in einem eigenen Stil, sondern halt wirklich auch nacherzählst in einem Stil, den die Leute in- und auswendig kennen. Also das ist jetzt nicht so wie bei dem Republic Commando-Ding oder auch von mir aus bei dem Battlefront-Ding, wo du sagst, ja gut, da kann ich so ein bisschen noch meinen eigenen Touch machen, da kann ich hier und da ein paar Sachen ändern. Bei Clone Wars, es gibt halt klare Charaktermodelle, klare Regeln quasi, wie diese Figuren auszusehen haben und wie sie sich auch bewegen. Und das dann wirklich so gut, bis auf wenige kleine Details umzusetzen und dann auch so eine Detailverliebtheit zu haben, das war für mich einfach beeindruckend. Also Hut ab. Gut, ich hab was reingeschmuggelt, um mal so ein bisschen als Gegendbeispiel, wo Rework für mich nicht funktioniert, ist jetzt vielleicht ein bisschen überfallen, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, Star Wars SC83 Reimagined. Ich glaub, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Oh, den hab ich verdrängt. Jetzt hab ich die alten Munden, aber du musst gar nicht positiv darüber denken, kannst du wahrscheinlich auch nicht, weil ich bin auch nicht der Meinung, dass das ein guter Fanfilm ist. Und das ist für mich so die Ausgeburt der Angst, wenn irgendjemand bei Disney mal auf die Idee kommt, hey, wir könnten nochmal ein Rework oder ein Remake von der klassischen Trilogie machen. Das ist so für mich die größte Angst, die ich habe, dass es dann in diese Richtung geht. Weil dieser Film ist für mich, also der wurde auch sehr gehypt, mit 50 Millionen Aufrufen. Ja, da haben Leute ihre A New Hope Fan Edits gemacht, wo der Film die Szene ersetzt. Ah. Also es ist der Kampf, um kurz den Kontext zu gehen, es ist der Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader, gut, ist auch Anakin, in Episode 4, der ja dann immer in klassischen Trilogie halt so ein bisschen, wir halten die Schwerde so aneinander und das passt halt zu dem Stil, jetzt in absolute Power-Fantasy abdriftet und so richtig absolutes Gemetzel wird. Also, Gemetzel in Anführungsstrichen, aber sie hauen schon ganz schnell aufeinander drauf und schmeißen sich durch die Gegend und ja. Es wollten, glaube ich, gern den Prequel-Look haben. Genau. Also die Prequel-Kämpfe. Das hat für mich null funktioniert, das hat damals nicht funktioniert und jetzt, als ich diesen Battle of the Heroes-Ding gesehen habe, dachte ich, stimmt, da gab es doch auch mal irgendwas mit Episode 4, wo genau so Rework-mäßig war. Aber das ist für mich ein Negativbeispiel, weil das hat null funktioniert. Ich weiß nicht, Matthias, hast du das damals gesehen oder jetzt? Damals mal gesehen ist halt völlig übertrieben. Ja. Also die Intention vielleicht nicht mal schlecht, aber wie gesagt, das ist einfach too much und es passt null in den Film rein. Vor allem, weil es man es ja halt noch mit den Szenen aus dem Film gegengeschnitten hat. Also auch die Reaktion von Luke und so, das passt halt null. Dann, meiner Meinung nach, das ist so ein Stilbruch, weil es halt alles auch dann durch diese Fan-Film-Art so künstlich wirkt, die Hintergründe und vor allem auch das Gesicht von McGinnis dann so draufgepoppt ist teilweise auf die Figur, die sich bewegt. Und, weiß nicht, das ist so, nee. Guter Alter, Deepfake. Ja, so Deepfake, genau, Deepfake, ja. Immerhin, wo wir gerade darüber reden, ja. Die Intention war ja dieselbe mit wie bei Battle of the Heroes, also halt einen kohärenteren Look schaffen, was halt nicht funktioniert hat. Oh Mann, ich glaube, ich hätte mein Leben lang nicht mehr daran gedacht, dass es das gibt, wenn du es dich jetzt wieder ausgekrammelst. Ja, das ist doch schön, dass wir uns hier alle zwei Wochen zur Therapiesitzung treffen. Man muss seine Traumata auch aufarbeiten, man kann sie nicht alle nur verdrängen. Genau, und alle anderen hören uns dabei zu. Ja. Wunderbar. Ist doch toll. Aber leise doch, das ist ein Bitte. Kommen wir zu erfreulicherem. Wingman. Ein sehr aktueller Fanfilm, Ende 2023 erschienen, taggenau mit Battle of the Heroes tatsächlich. Leider auch nicht so, zumindest nicht initial so erfolgreich wie Battle of the Heroes. Aktuell, glaube ich, so um die 300.000 Aufrufe. Ein sehr langer Fanfilm, 50 Minuten. Ja. Und ich meine, ich mag jetzt gerade in diesem Vibe sein, weil wir eigentlich hätten Rogue Squadron bekommen sollen. Habe ich auch gedacht, ja. Und Alphabetgeschwader noch relativ frisch bei mir ist. Aber ich fand den Film irgendwie geil. Also es war auch der einzige, der neun, den ich auf meinem Fernseher geguckt habe, nicht am PC. Weil ich heute den noch machen muss, habe ich mir am längsten aufgehoben, weil er am längsten ging. So wie man es halt immer macht beim Prokrastinieren. Alle anderen neun Stück an einem Tag geguckt und den jetzt bis heute aufgehoben. Bis zur Aufnahme. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt bist du ja einmal im Wohnzimmer, jetzt guckst du ihn halt mal auf dem Fernseher an. Und da wirkte er schon echt professionell. Also ich lasse euch erst mal. Ich komme zu meinen kleinen Punkten dann noch. Aber wie ging es euch da? Wie ging es dir, Matthias? Also genau wie du gesagt hast mit Alphabetgeschwader, ja. Weil sie kriegen endlich mal ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Intention hinter dem Film. Nicht immer nur X-Wing für 30 Sekunden wilde Action und dann sind sie nicht mehr im Bild. Sondern mal richtig eine Geschichte erzählen und ein bisschen Raum geben und den Kampf sich entwickeln lassen und so weiter. Ich fand es einfach nett. Ich habe die, ich weiß nicht, vor zwei Monaten oder so mal entdeckt. Und habe es mir gerne angeschaut. Habe gesagt, ja, so könnte auch eine Geschichte aussehen. Und ich fand es gut. Ja, witzig, Tobias, dass du den auf dem Fernseher geschaut hast. Das war bei mir genau dasselbe. Also ich habe alle auf dem Laptop geschaut und dann dachte ich, okay, jetzt fehlt mir, jetzt habe ich alle durch, außer Wingman. Jetzt mache ich ein Päuschen und dann gucke ich Wingman. Der hat halt auch so eine Länge, wo man denkt, das ist so eine Fernseher-Episode. Die muss man auf dem Fernseher schauen. Absolut. Ich glaube, die Länge ist auch was sehr abschreckt und was eben an den großen Aufrufsfallen jetzt bisher sich noch nicht niederschlägt. Aber ja, ich war auch sehr angetan. Wieder das alte Thema. Wenn es ein Thema gibt, dann machen Fanfilme das dann so richtig. Und viel mehr, als die Filme es machen. Also hat ja wahrscheinlich in seiner Laufzeit mehr als sämtliche Piloten-Laufzeit aller neun Filme zusammen, so ungefähr. Ja. Aber die Geschichte, die Charaktere, man hat mitgefiebert, man war teilweise traurig, wenn, wie du sagst, wie bei Alphabet Squadron, wenn man schon eine Bindung hat und dann geht der Pilot in Flammen auf mitsamt sein Schiff. Und wie auch mit dieser Anonymität gespielt wurde wieder, also wie im ersten Alphabet Geschwader-Roman, wo man eben die Gegenseite noch nicht kannte, die Imperialen und die noch kein Gesicht hatten. Und hier quasi genau dieses gleiche Ding, auch der, was du gesagt hast, ne, mit dem einen Kommandanten der Staffel, der dann seinem Tod quasi ins Auge blickt und sagt, ich kenne diese Art von Piloten, das ist nur Hass oder nur, das geht über die Professionalität hinaus. Also genau diese verschiedenen Arten von Gegnern und Widersachern, die sich dann halt auch in diesem Krieg gegenüber so gut gemacht haben. Voll. Und was, ähm, was technisch nicht auf dem höchsten Niveau war, hatte ich das Gefühl bei dem Film, anders als bei Maul, das war dann gleichbleibend nicht auf diesem Niveau. Also es war nicht so, dass manches mega gut aussah und dann andere Elemente extrem scheiße, sondern es war alles auf einem Niveau, auf einem guten Niveau, nicht auf einem perfekten. Aber dadurch hat es nur noch mehr an die alte Trilogie erinnert, die ja auch tricktechnisch nicht perfekt war, einfach nur, weil sie alt ist. Klar, sie hatte alle Möglichkeiten, die die Zeit hatte und man konnte alles 80 Mal drehen, aber, aber es hatte eben sehr, sehr starke OT-Vibes. Also hätte es so aus den 80ern sein können. Und das fand ich wirklich, wirklich toll. Es ist halt auch so toll gemacht, wie einfach man einfach auch die schauspielerische Leistung machen konnte, weil du hast einfach nur Cockpit-Aufnahmen die ganze Zeit. Das ist so, das ist eigentlich so saueinfach, weil du hast auch nicht das Problem, dass du groß Hintergründe oder so machen musst, weil links und rechts vielleicht wohl so ein bisschen Sterne, die sich bewegen, aber so im Großen und Ganzen reicht es ja. Und den Rest kannst du relativ gut halt animierend VFX machen. Ich muss sagen, das stimmt, also das Niveau war so klassische Trilogie. Man merkt aber halt gerade, also die größte Schwäche für mich waren die Explosionen. Ja. Also gerade diese eine große Szene, wo die ganzen Detonatoren da rausgehauen werden und dann die ganzen Ties explodieren, das war schon, da merkte man schon das fehlende Budget. Und ich glaube, da werden auch echte Mini-Explosionen, wie sie ja damals teilweise bei der OT gemacht wurden, besser gewesen, aber wahrscheinlich halt nicht realisierbar in dem Sinne. Aber das merkte man schon, da hat wirklich die Qualität gelitten, geleitet, Gott. Aber ansonsten war das wirklich qualitativ auf so einem guten, gleichbleibenden Niveau, dass ich das sehr gerne am Fernseher geschaut habe und auch wirklich dran blieb. Weil auch die Story halt, das muss man schon sagen für einen Fanfilm, die Story halt auch so gecatcht hat. Absolut. Also auch der End-Monolog von Ross, dem Wingman, also das hatte literarisches Niveau allein schon, wie man es in manchem Hollywood-Drehbuch nicht hat. Das fand ich wirklich beeindruckend. Auch die Intensität von diesem Dogfight und auch die Dramatik und wie du gesagt hast, dieser Monolog, das hat mich so stark an Freed erinnert. Also sowas, was jetzt zum Beispiel Nash zu Will sagen würde oder so. Das waren halt so, wo ich gedacht habe, das ist jetzt eins zu eins so eine Ansprache, die er gerade an ihn hält. Weil das auch so von dem Alter und so, von der Vorgeschichte so gut gepasst hat, die die beiden da hatten. Und dann am Ende halt auch diese Aussichtslosigkeit, als sie der nächsten imperialen Flotte gegenüberstehen. Also dass man das nicht mal auf einer unbedingt positiven Note enden lässt. War einfach eine sehr ernste Handlung. Also da fehlte so dieses typische Augenzwinkern bei Star Wars. Es hatte seine lustigen Momente bei so Interaktionen manchmal, auch mit dem Droiden oder so. Aber im Großen und Ganzen hat es sich selbst ernst genommen und ich glaube, das merkt man sehr stark. Und das hat es auch verdient. Also es durfte sich ernst nehmen, weil es eben so ein Standing hatte und weil es souverän wusste, was es zu bieten hat. Und gestört hat mich nur ziemlich die Stimme von dem Ross, der in der ersten Hälfte relativ still noch ist und später dann mehr redet. Die fand ich ein bisschen sehr gewollt. Totengräbermäßig. Ich bin Batman. Und auch im Abspann hat man ja dann gesehen, bei den Namen hatte ich das Gefühl, es ist eine deutsche Produktion. Aber die Stimmen sind dann drüber synchronisiert. Also es gab extra Credits für die Schauspieler und es gab Credits für die Stimmen. Und das waren dann wahrscheinlich akzentfreie MuttersprachlerInnen. Ja, das hat mich nämlich auch gewundert, warum die so gut akzentfreie Englisch sprechen. Aber jetzt, wo du es sagst, ich muss mir öfter Abspatter angucken. Wir sind ja gerade bei den Fanfilmen fast genauso lang wie im Original. Ja, das stimmt, die hatten einen langen Abspann, ne? Glaube ich. Oder? Ja, viele FührerInnen sind ja auch sehr viel. Sieben Jahre, wie gesagt. Also stand ja auch. Die Videobeschreibung habe ich mir angeguckt, dass sie da so vor sieben Jahren gedacht haben, ach komm, wir könnten doch mal einen Fanfilm machen und dann einfach das Ding da rausgeballert haben. Also einfach, in Anführungsstrichen. Nein, aber wie gesagt, ich war sehr beeindruckt. Also es war, glaube ich, von denen, die auf der Liste standen, mit der, der mir am besten gefallen hat. Und ich schließe da jetzt Recency Bias nicht aus, aber der Effekt und wie gesagt, dass es auch noch so eine Handlung hat, der sich komplett verschrieben wird, dass man da so eine Overall-Handlung erzählt mit diesem, wir brauchen diesen einen Offizier da aus dem Shuttle und dann aber gleichzeitig noch auf diese persönliche Ebene geht, wenn dann die anderen die Bildfläche quasi verlassen und dann erst diese Wingman-Sache so richtig rauskommt, es hat einfach vorne und hinten gepasst. Handlungstechnisch auf jeden Fall und hier und da halt ein paar kleine Mängel in der Darstellung, aber ansonsten eine sehr, sehr gute Produktion. Also wenn ihr das hier hört, schaut es euch an, klare Empfehlung, nehmt euch die Zeit, sie lohnt sich. Gerade wenn ihr jetzt, wie wir, dann im Herbst da mit bei unserer Alphabetisierungsreihe mitgemacht habt oder mitgelesen habt und da noch voll drin seid in diesem Vibe von Piloten, X-Wing, Y-Wing und so, absolute Empfehlung. So hätte Rogue Squadron vielleicht die Hälfte des Films aussehen können, zumindest handlungstechnisch. Ja, besser wird's nicht. Rogue Squadron kommt so schnell nicht. Kommen wir zu einer Story, die ein bisschen früher spielt. Wir haben Malak, ein Old Republic Story. Wieder so ein Engine-Ding. Ja, ist jetzt gar nichts für dich, Lukas, ne, weil Legends und auch noch Fanfilme. Ja, die böse Doppelkombination. Ich bin auch bei Old Republic gar nicht drin, also ich weiß klar, also grob, wer Revan und Malak sind. Und ich hab's mir angeschaut, aber ja, ich hab jetzt nicht viel mit connecten können. Ich hab mich eher gefragt, wie viel wurde eigen dazu gedichtet und wie viel wurde da einfach nur ein Ereignis adaptiert, wo sich möglicherweise darauf bezogen wird, das man aber nie gesehen hat. Aber da kennt ihr euch ja wahrscheinlich besser aus. War halt ein Tie-In, hätte ich jetzt mal so gesagt, zum Spiel. Man hat versucht, über diese Engine ja auch das Look und Feel des Spiels, der Animationssequenzen im Spiel nachzuharmen und zu produzieren. Und unter diesem Gesichtspunkt hatte ich das genommen, denn es ist auch mit seinen, ich weiß nicht, wie viele Minuten war es, fünf Minuten oder irgendwie sowas, war es ja auch recht kurz. Und klar, wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann, dann versteht man das nicht, denn du wirst da unversehens reingeworfen. Also es ist wirklich nur so ein Tie-In. Ja, es hat auf jeden Fall den Bezug dafür, dass es darum geht, warum oder wieso Malak im inneren Monolog sozusagen dazukommt, Telos 4 da zu bombardieren und wie er halt seinen Unterkiefer verloren hat. Also es war, glaube ich, schon etabliert. Ich bin jetzt auch nicht so in KOTOR drin, eher in SWTOR, weil KOTOR habe ich bis heute nicht durchgespielen können, weil mir das einfach, mir fehlt die Nostalgiebrille und die Grafik ist einfach, ich warte immer noch sehnsüchtig auf das Remake. Also bitte, bitte, macht weiter. Ich weiß, es gibt da, glaube ich, aktuell ein paar Entwicklungsspieligkeiten und es ist schon wieder ins Studio gewechselt und Leute gegangen. Ich habe da auch den Überblick verloren. Aber ich hoffe wirklich, dass sowas noch entscheint, weil ich glaube, KOTOR von der Story her, Rewan und so, was ich mitbekommen hatte aus SWTOR, das spielte ja auch nochmal eine Rolle. Lohnt sich schon sehr, aber ich kann dieses Spiel einfach leider nicht spielen. Ich hatte eine Tradition, ich habe es jedes Jahr einmal installiert und einmal wieder deinstalliert. Also einmal installiert, eine Stunde gespielt, gemerkt, nee, das wird nichts und dann wieder deinstalliert. Das habe ich, glaube ich, drei, vier Jahre lang gemacht, seit 2016 oder 2017. Bis dann das Remake angekündigt wurde und ich dachte, okay, jetzt warte ich aufs Remake. Und ja, das kann ich wahrscheinlich nochmal so viele Jahre warten. Ja, nicht nur Fanfilme brauchen 20 Jahre. Ja, auch manchmal Remakes. Dann ist das Spiel wieder in einem Zustand, dass es eigentlich schon vor zehn Jahren outdated war. Aber wir schauen mal. Wir können ja Wetten annehmen, ob eher das KOTOR Remake oder Rock Squadron erscheinen. Aber beides hat einen Ankündigungstrailer. Toll. Ja. Genau, also von daher, mir hat das auch sehr gut gefallen. Ja, war halt nett, auch die Engine gut getroffen. So könnte auch ein Remake aussehen dann von dem Spiel. Also, ne, wenn man die Engine so remakt, dann sieht es so eigentlich ganz gut aus. Es ist jetzt natürlich ein Unreal Engine erstellt. Ich glaube nicht, dass das Originalspiel in Unreal war. Ne. Ne. Von daher, ja, also auch eine andere Engine benutzt, was man ja auch sieht. Also, ich meine, die Grafik ist wesentlich besser als in den klassischen KOTOR-Teilen. Genau. Aber auch ein sehr, sehr netter Film, den man so als Tie-In, wie du gesagt hast, Matthias, sehr gut konsumieren kann. Gut, kommen wir zum richtigen Visions-Vertreter in der Reihe. Star Wars TIE Fighter. Matthias, was ist das? Ja, da habe ich damals auch Star-Norris-Force-Con zum ersten Mal gesehen. Da waren ja auch der Zeichner und ich glaube noch einer aus der Produktionsmannschaft dabei. ein gezeichnetes Erlebnis im Stil, sage ich mal, der 70er, 80er Jahre, glaube ich, der japanischen Manga-Darstellung, die einen Tie-Fighter-Piloten in den Kampf begleitet. Und allerlei spezielle Effekte sozusagen zeigt, die dann damals waren. Die Geschichte selber, das habe ich jetzt gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber es war ganz nett und vor allem, es ist komplett gezeichnet. Ja, es ist eben nicht schnell mal irgendwie animiert, wo du das besser machen kannst mit dem Fluss. Sondern es ist Bild für Bild für Bild für Bild gezeichnet. Das ist eine unglaubliche Liebesarbeit, die er da reingesteckt hat. Auch mehrere Jahre. Und es ist halt visuell sehr ansprechend, finde ich. Das ist eine schöne Sache. Sehr, sehr detailliert ausgearbeitet. Vor allem die Startsequenz, wenn ich mich richtig erinnere, wo sie dann den Tie-Fighter starten, wo er dann die verschiedenen Geräte einschaltet und so weiter und so fort. Diesen ganzen Perspektiv wechseln und so weiter und so fort. Hat mir einfach gut gefallen. Story, nicht wirklich von Belang. Ja, ist einfach, ich weiß nicht, 10 Minuten oder was es da ist. Und einfach mal gucken, grinsen und sagen, schuld. Lukas, das ist ja immer so, dein Ding sind ja immer so Soundtracks. Das würde mich jetzt mal tatsächlich interessieren. Müssen wir darüber reden. Mir gefällt er insgesamt weniger gut. Und die Musik spielt da ganz viel mit rein. Also es wurde eine Star-Wars-mäßige Intro-Musik gewählt, die, wenn da der Titel eingeblendet wird, ertönt. Wo man schon direkt wieder merkt, ja okay, ich bin in einem Fanfilm drin und da hat jemand Angst vor dem Musik-Claimer. Ja, und sobald der Kampf losgeht, weiß nicht, ich habe nicht viele Anime gesehen. Da mag das funktionieren, da mag das gängig sein. Dann fängt Metal-ähnliches E-Gitarren-Geschramme an. Und das wirkt absolut fremd für das Setting und für Star Wars allgemein. Und hat es dann auch sehr, sehr, sehr rausgerissen. Genau. Der Zeichenstil ist insgesamt eh nicht meins. Also es gibt ja auch bei Visions verschiedene, sehr klar wie Anime aussehende Folgen. Aber da variieren ja auch die Stile jeweils stark. Und jetzt hier, Matthias sagt, das ist der alte 80er-Look. Mit dem kann ich eben gar nichts anfangen. Also Hut ab davor, dass Bild für Bild einzeln gezeichnet wird. Aber ich fand es absolut nicht ansprechend. Genau. Der Soundtrack oder wenn dann so Kamerafahrten auf Overshoulders endeten, das sah auch immer ganz, ganz, ganz mies aus. Nee. Nicht mein Film. Nee. Also ich muss sagen, dadurch, dass der ganze Fanfilm ja ohne Voice-Lines auskommt, also nur Musik hat quasi und Action zeigt, wirkt es für mich wie ein 8-minütiger oder 7-minütiges Intro für eine TV-Show aus den 80ern. Also du weißt, dass du ja diese typischen Anime-Intros mit dieser, ja schon Metal-schnellen Musik. Und die gehen dann halt immer so 30, 45 Sekunden und danach geht die Folge los, wo dann Leute reden. Und das war so ein nie endendes Intro irgendwie. Was ich tatsächlich, also wenn man mal drin war im Flow, auch die Musik habe ich nicht erwartet, aber mir gefiel das im Endeffekt ganz gut. Gut, ich würde ihn jetzt nicht 100 Mal gucken, aber so dieser, mal mit drin sein in diesem Flow, auch wie Sachen auf die Musik gezeichnet wurden oder geschnitten wurden in Anführungsstrichen, hat für mich schon funktioniert. Das ist jetzt für mich wahrscheinlich nicht der typische Star-Wars-Fanfilm, aber so gerade in diesem Vision-Segment, wenn wir die Analogie halt vorhin aufgemacht haben, wäre das eigentlich so der perfekte Anwärter dafür gewesen, weil das was macht, was Star Wars nicht ist. Also die anderen versuchen ja immer irgendwie dieses Star-Wars-Gefühl so komplett heraufzubeschwören. Das ist eher so, ja, 80er Jahre Piloten-Top-Gun-Serie in Star-Wars-Optik zumindest, aber halt vom Sound her nicht. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Da muss ich dir widersprechen, Logos. Aber ja, ist ja auch so. Jeder darf seine eigene Meinung machen. Geschmäcke sind ja unterschiedlich, genau. Also von daher, ja, ich fand auch den Effekt cool, wie die Helme mal immer ausgeblendet wurden, damit man drunter gesehen hat, welcher Pilot da sitzt und dann auch ein bisschen mehr diese menschliche Ebene hat. Also ja, und dass das Imperium halt mal so dieses heroische, sieghafte war. Also auch mal so den kompletten Perspektivwechsel, dass das Imperium hier derjenige ist, der gewinnt und für den man ja dann irgendwie doch mitfiebern soll, aber dann trotzdem irgendwie sich ja dafür schämt, weil es halt das Imperium ist. Aber ja, irgendwie ein ganz, ganz komischer Blickwinkel auf Star Wars, der mir dann überraschend trotzdem gefallen hat. Ja. Gut, und zum Abschluss sollen wir ja immer was Lustiges haben. Und da bietet sich doch Troops an. Genau, der Klassiker. Ja, Lukas. Hm? Ich kannte ihn nicht. Und ich kenne auch nicht die zugrunde liegende Serie, die ist scheinbar mitparodiert. Ja, Cops. Ja, habe ich auch googeln müssen. Aber, aber, aber trotzdem war es absolut herrlich. Ja. Einfach, einfach schön. Ich konnte teilweise echt nicht mehr. Ja. War, glaube ich, also, nicht, dass wir jetzt Jedi-Casts zum Thema Parodien machen müssen, um Gottes Willen, aber wenn ich, was bei Star Wars, glaube ich, noch schlimmer finde als Fanfilme, dann das. Aber, aber das war, glaube ich, die beste Parodie, die ich je gesehen habe. Weil es eben nicht nur Star Wars eben sehr parodiert, sondern auch dieses Serienformat, was wir auch so in Deutschland manchmal auf gewissen, genau, auf gewissen Privatsendern. Und das so nüchtern auf Star Wars übertragen, mit Einblendung von, worum es jetzt geht. Ja, und hier kennen wir alle, die hier leben. Ja, ja, man kennt sich. Das ist, und ich muss zugeben, ich habe, bis es gesagt wurde, Beru und Owen nicht erkannt. Ja. Erst als eben dann die Namen fielen, ich dachte nur, ah, okay, jetzt sind da einfach Einheimische. Und irgendwann habe ich dann verstanden, warte mal, gestohlene Droiden. Ja. Und die beiden haben hier den Streit. Wir sind hier gerade mitten im Film sozusagen. Mitten in Episode 4, ja. Genau, und gleich, eben sind die Jawas schon verbrannt, und gleich sehen wir, wie die beiden und die Farm verbrennen. Und als das gelämmert hat, da war es herrlich. Also, ich weiß nicht, ob es als From a Certain Point of View-Kapitel funktioniert hätte so, aber als Stars und Cops verarsche, war es großartig, und Bad Boys als Song noch dazu, herrlich. Der macht Spaß. Ja. Und der ist auch gut gealtert, finde ich. Auf jeden Fall. Ich denke, dass der schon noch aus den späten 90ern ist. Ja, der profitiert auch so sehr von diesem 4 zu 3, das ist unglaublich. Ich musste darüber nachdenken, also dieser alte, das ist halt so im alten, der war auch 4 zu 3, oder? Ja, genau, im alten Fernsehformat ist. Der profitiert so sehr davon, weil es halt dann genau noch besser auf diese Parodie passt, die ja dann auch wahrscheinlich so ausgestrahlt wurde in den ersten Staffeln früher. Ich weiß nicht, ob die immer noch läuft, die Serie. Ich habe nur kurz gegoogelt, ob es überhaupt diese Cops-Reihe gibt. Aber es ist so, also auch die Zitate, die die da teilweise raushauen, alle Verdächtigen sind schuldig, sonst wären sie ja nicht verdächtig, oder? Diese Rechtfertigung und diese Professionalität auch. Ja, es gab eine kleine Ausschreitung und im Hintergrund explodiert der Centcrawler und das ganze Zeug. Das ist so, ja, wir haben alles im Griff, das passiert hier häufiger. Das ist eigentlich ganz normal. Hier kriege ich nichts zu filmen. Ja, genau. Machen Sie die Kamera aus. Also, und auch wie sie die Gesichter von Peru teilweise so unscharf gemacht haben, damit sie nicht erkannt werden, wie auch bei diesen, also wirklich, ich habe mich in die dunkle Vorzeit, wo ich ab und zu mal noch auf Streife so nebenbei mitbekommen habe, wenn es im Fernsehen lief, erinnert gefühlt. Und ich musste, ich hatte direkt wieder so einen kalten Schauer über den Rücken, dass es halt wirklich so gut getroffen wurde. Ich meine, auf Streife ist ja im Endeffekt eine Anlehnung an diese Cops-Serie wahrscheinlich. Ja. Im Deutschen, oder früher war es ja diese andere da, Harry und Dingsbums, ne? Die beiden komischen Cops, die früher immer im Privatfernsehen da rumgefahren sind. Und jetzt ist es halt auf Streife. Aber wie da die ganzen Sachen wie in diesen Real-Life-Formaten drin sind, das ist... Und das Casting wurde dadurch auch absolut nebensächlich. Ja. Weil Haare und Kostüm hat gestimmt. Passt. Und ja, die beiden haben sich zwar jetzt in die Luft gesprengt, aber wir werden mal ihren Neffen Duke suchen. Der hieß doch Duke, oder? Das ist... Die amerikanischen Polizisten, die da parodiert werden, galten halt in diesen Serien auch als nicht besonders helle, ne? Aber es war halt so der Nachbarschaftspudel, in Anführungszeichen. Ja, und so benehmen sie sich auch. Und was sind sie ja auch im Prinzip? Stormtrooper sind da ja nicht so sehr als Elite-Sondereinheit des Militärs im Einsatz, sondern wirklich als die üblichen Bach-Polizisten, die dort dann für Sicherheit auch sorgen sollen, ne? Ja, auch die Kreativität, die da halt einfach drinsteckt. Wie gesagt, dann diesen Tod von Ohren und Beru, was ja so total tragisch ist im Film, so umzudichten in diesem Beziehungsstreit, wo sie sich in die Luft sprengt, das mit ihrem Mann zusammen, weil sie es nicht mehr erträgt, mit ihm zusammenzuleben und sich jetzt Sorgen haben. Das ist so... Und diese hysterische... Oder... Also... Sie gehen jetzt mal eine Nacht nicht nach Hause, ne? Das war auch so... Das sind auch so typische Elemente, die man halt in diesen Soap-Sachen da immer hat. So, ja, sollte man eine Nacht getrennt verbringen, damit immer wieder die Gefühle runterkommen und so. Und dann nimmt sie einfach den Kopf und sprengt sich in die Luft und dann... Naja, gut. Gehen wir halt wieder und suchen Duke. Es ist... Und dann im Abspann noch so, ja, es gibt da eine Ausschreitung in der Cantina und ich dachte so, oh Gott. Das nächste Problem. Ja, also, wie man das halt so im Episode 4 rumgewebt hat. Es hätte ja schon gereicht, dass so einfach... Am Anfang dachte ich ja auch, das ist einfach so eine typische Daily-Parodie. So das tägliche Leben von Sturmtruppen auf Tatooine. Aber dass man das dann so noch um Episode 4 rumwebt, ist halt einfach so geil und so kreativ. Also, das Voice-Acting ist super gut. Also, wie die Sturmtruppen synchronisiert sind oder halt gespielt werden. klasse. Also, wirklich auch eine sehr gute Empfehlung. Nach Wingman, die wahrscheinlich mit ist, was wir haben... Na gut, ich darf Battle of the Heroes nicht vergessen, aber so... Auf jeden Fall, die drei Sachen gebe ich eine Schauempfehlung auf jeden Fall aus. Da gehe ich mit, ja. Ja. Gut, dann versuchen wir mal, sowas wie ein Fazit zu ziehen. Wie gesagt, wir haben sehr viele verschiedene Fanfilme und es gibt noch viel, 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 viel mehr. Wir haben natürlich jetzt kaum alle besprechen können. Deswegen ist es jetzt nicht so wie, oh, wir haben jetzt hier über Fallen Star oder über Eye of Darkness geredet. Lasst uns ein Fazit ziehen. Wir können jetzt schlecht sagen, ja, Fanfilme sind generell scheiße. Deswegen, generell finde ich, Fanfilme werden jetzt nichts werden, was ich mir wahrscheinlich jetzt weiterhin exzessiv angucke und dann immer drauf warte, dass ein neuer erscheint. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich mal, wenn mir mal einer vorgeschlagen wird und der auf den ersten Blick spannend wirkt, nicht mehr generell so ablehnt sein und sagen, nee, das ist ein Fanfilm, den gucke ich jetzt erstmal nicht. Also habe ich ja schon bei Battle of the Heroes, das war glaube ich auch so, nicht erst durch die Liste, die du rumgeschickt hast, Matthias, sondern wie gesagt, dadurch, dass ich Battle of the Heroes so vor Weihnachten in die Timeline gespült bekommen habe, ist ja dieses Thema Fanfilme auch erst so auf unsere Agenda so ein bisschen gekommen. Als ich dann gesagt habe, hey, da gibt es diesen Clone Wars Fanfilm, der ist relativ cool, dass wir da halt, da habe ich ja schon angefangen zu sagen, okay, vielleicht sollte ich doch Zimmer ab und zu mal in eine reingucken, weil das hat sich jetzt gerade gelohnt. Und ich glaube, das werde ich auch in Zukunft zur Hand haben und generell von denen, die wir jetzt hier, gut, das war eine aussortierte Liste, eine kuratierte Liste, wo da schon wahrscheinlich nicht nur Lowlights, wo du nicht mit Absicht Lowlights reingepackt hast, denke ich mal. Deswegen sage ich ja, also es war schon eine sehr gute Mischung hier und auch sehr gute Vertreter ihres Genres, von daher kann man da, glaube ich, generell nichts allzu Negatives daran finden. Ich werde da, wie gesagt, in Zukunft häufiger reinschauen und ja, ich würde mich auch freuen, wenn es mehr Fanfilme dann jetzt, auch wenn Acolyte dann vielleicht erschienen ist, rund um Harry Public gibt. Für mich wäre immer noch der Idealfall, ein Rework, in der richtigen Adaptionsart. Also dass man beispielsweise eine Romanhandlung adaptiert in einem Fanfilm oder irgendwas oder ein Kapitel aus einem Roman adaptiert in einem Fanfilm. Weil das wäre dann für mich das Ideal, dass wir gleichzeitig, es ist Kanon, aber es hat eine neue Ebene dazugewonnen. Also es hat aus diesem Roman was Visuelles gemacht, wo man sagt, das ist dann das, was sich lohnt. Was wir auch generell, ja auch generell bei diesem Filmadaptionspodcast gesagt haben, dass es sich da teilweise lohnt, wenn man eine Handlung, eine Filmhandlung gut in einen Roman adaptiert, dass man die innere Gedankenwelt hat und dass man dann halt eben das in die andere Richtung natürlich auch machen kann. Oder wenn man eine Romanhandlung in einen Comic adaptiert, das sind immer so diese besonderen Sachen, dass man diese visuelle Ebene hat. Und wenn es sowas gäbe von Harry Public beispielsweise, von irgendeiner Handlung, irgendeinem Event, irgendeinem Ereignis, in von mir aus Animation oder halt in Realfilm, wäre ich voll dabei. Absolut. Darüber hatten wir zwar jetzt nicht gesprochen oder sie war noch nicht auf der Liste, aber Erben des Imperiums teilweise, glaube ich, und Dark Empire auf jeden Fall komplett, also der Comic, gibt es als Animations- beziehungsweise Zeichentrick-Fanfilm-Adaption auch. Ah, okay. Genau. Kann man vielleicht auch mal reinschauen. Ich habe mal reingeguckt irgendwann, als es kam, aber die Stile haben mir jeweils nicht zugesagt. Genau, aber Dark Empire, da lag dann, glaube ich, das damalige Radiodrama als Tonspur drüber, was es auf Englisch gab. Ja, ansonsten schließe ich mich eigentlich jedem Satz, den du gesagt hast, genauso an. Also ich werde jetzt kein großer Fanfilm-Fan mehr, aber bin gleichzeitig jetzt auch, nachdem man sich so damit beschäftigt hat und mal eben mit der Aufnahme als Anlass einen guten Abriss bekommen hat, weil man eben sich durch viel durchgeguckt hat, nicht mehr so 100 Prozent abgeneigt von vornherein, sondern schau eben, wenn da was kommt, was dann Wellen schlägt, ob das eben auch interessieren könnte, ob ich damit was anfangen kann. Genau, und das ist natürlich so, wir bewegen uns ja auch im Fandom, wir kriegen das auf Conventions immer wieder mit, wie wir jetzt schon gehört haben, wenn da was vorgestellt wird. Das heißt, das ist ja auch irgendwie Teil unserer großen Star-Wars-Fangemeinschaft und eben auch ein wichtiger Punkt. Oder wenn unsere Freunde von Saber Project zum Beispiel mal wieder was drehen, wie Rise of the Last Intern. Es ist ja, es gibt ja Schnittstellen, genau. Und deswegen werde kein Fan mehr von dem Format allgemein, wenn man es unter einen Kamm sharen will, aber es gibt Gute, das weiß ich jetzt. Ich werde weiterhin Fanfilme gerne gucken, ich habe da immer nicht so große Erwartungen daran und lasse mich dann gerne positiv überraschen und wenn es nicht so dolle war, naja, auch so, aber es gibt eben auch ein paar Goldklümpchen. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank, dass du uns da ein paar rausgesucht hast, auf jeden Fall und unseren Horizont damit wieder mal erweitern konntest. Hat sich am Ende der Podcast also doch gelohnt, was jetzt zwei Totalverweigere in Anführungsstrichen ein bisschen überzeugen können, da ein bisschen offener ranzugehen. Alle Ziele erreicht. Und ich hoffe, dass wir diese Begeisterung dann vielleicht ja auch und diese Offenheit dann vielleicht auch an manche skeptische ZuhörerInnen weitergeben, die jetzt hier zugehört haben und gedacht haben, ah, dieser so Wingman oder diese Parodie-Troops klingt eigentlich ganz geil, da könnte ich doch mal reingucken. Macht das gerne, ich versuche oder ich versuche nicht, ich werde alle im Beitrag verlinken, alle Beiträge oder alle Ferienfilme und dann könnt ihr euch da durchklicken und dann vielleicht auch immer dann abschnittweise unsere Meinung dazu hören. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Ausgabe des Jedi-Cast und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, vielen Dank an Lukas und Matthias und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.